Warte Kupfer? Ne Unterhalb des ATMs habe ich eine Markierung von der Limousine Sport Ungefähr hier, ungefähr hier Ich habe markiert Der ist hinter mir Also ich könnte ihn abknallen Herr Leo, ist ja noch keine Aufmerksamkeit gegeben Der hat dich schon gespottet Adrian, der ist direkt hinter dir 180 Grad drehen, da hatte ich Ich sehe ihn dich, mein Baum ist im Weg Da taste ich jetzt gleich Dann soll er herkommen Willst du dich tasen lassen, Adrian? Du, der ist hier nicht bei mir, ich sehe den nicht Der ist direkt hinter dir, der steht aufrecht Dreh dich um, 180 Grad Ernsthaft? Was soll ich machen mit ihm? Den Berg hoch Ja, was soll ich mit ihm machen? Bleib einfach mal liegen Du kannst eh nichts anderes machen Wenn der was machen will Wenn der was machen will Wenn der was machen will Ist er tot, also Er muss eh zu dir hinrennen, dann schalte ich ihn aus Genau Und wie lebt sich so mit dem bisschen das hinterher Ich seh ihn, er hat mich gespottet Er kommt direkt zu mir Ich seh ihn, ich seh ihn Seh ihn nicht mehr Er liegt neben mir Er liegt direkt neben mir Er liegt genau daneben Aber ist er verscheuert oder was? Und so eine Geschichte hatte ich am Mach ein Video, bitte mach ein Video Ja mach ich, mach ich Sag mal was soll ich geben Nee Liegt der da wirklich neben mir? Der liegt direkt neben mir Welche Situation hatte ich so oft schon? Der liegt direkt neben mir Das ist der Jens Aber weißt du was denn töd ich jetzt? Nein, nein Lass den Adriel mal hingehen was zu reden Oder so furz mal Das ist sowas von dumm ist das Alles klar, ich furz einmal und dann könnte er ausschalten Dann kannst du töten Ja Machen wir uns Jetzt war das hier umgedreht Wo liegt denn Adriel? Was machst du jetzt? Er rett immer noch, er sieht mich nicht Er rett um mich rum, er sieht mich nicht Doch, doch, das sieht ich ja Er will gefassbar Dreimal die Waffe wechsel Oder die Schafe wieder in der Hand Also ich rein muss doch, wenn er nicht onschießt Ja, ja Scheiß, falsche Taste gedrückt, sorry Okay Verwechsel dreißigmal die Waffen Was ist mit dem Typ los? Mensch Jetzt geht der weg Jetzt geht der weg Nix, der wollte ja Er will jetzt mit mir Medizin checken Ich weiß auch nicht was Er hat gesagt ich bin voller Co Und so Der steht immer hinter mir Er checkt das nicht Er hat sie schon gesehen Er hat sie schon gesehen Ich hoffe ich nur wie sie wieder irgendwas macht Ja nicht nur du wie weh Es schaben dann auch Von den Schrauben Na gut Der schaut nicht direkt auf den Busch Oder hat der einer die drin liegt Der schaut dann nicht Wer kommt denn da links ran? Wer ist denn das? Dann Dani wahrscheinlich Leute 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 Ich soll meine Kollegen am Gangernaut hinrufen Von Medizinischen Chat wegen Kokain Nein Sag kurz mal die Leute sollen abziehen Oder sie werden beschossen Beim Gangernaut Ja, sag die Leute sollen abziehen Der Jens steht mit 10 auf der freien Fläche Sag sie sollen abziehen jetzt Oder es wird das vorher Gib ihnen 10 Sekunden Ich bin schieß für dich Dann schalt den Jens als war der erstes aus Dann schalt den Jens als war der erstes aus Ehrlich? Gleich Ehh ne, er soll überall Liste die Ankündigung machen Ah, ich kann ihn selbst auch schalten Wie 5 Leute gerade, wie guck ich Hey Ja Hast du angekündigt? Ich hab sie dann gekündigt, ja Erst dann abhauen oder ich bin oder wir schießen Gib mir ne kleine Direktionszeit Gib mir noch 3 Sekunden Du hätt ja auch den warten können Entschuldigung, das war so ein Lahn Ich find ihn mir so ein bisschen Oh mein Gott, ich hätte ich hätte… Ich wurde festgenommen Hat's dingo Ja, ist, ah, das ist feinbar